Fühlst du dich jemals, als ob das Universum gegen dich arbeitet, anstatt dir zu helfen, deine Träume zu verwirklichen? Gut, dass du dieses Video gefunden hast. Stell dir bitte die folgende Szene vor. Du bist auf einem endlosen Ozean, kämpfst gegen die Wellen, suchst nach einem Leuchtturm, der dir den Weg weist. Du fragst dich, ob es Kräfte gibt, die jenseits deiner Kontrolle liegen und die Richtung bestimmen, in die du treibst. Es ist eine beunruhigende, aber auch eine faszinierende Vorstellung, nicht wahr? Nun, ich bin hier, um dir zu sagen, dass deine Intuition dich nicht täuscht. Es gibt tatsächlich verborgene Kräfte, gewaltige Gesetze, die das Universum regieren und die unser Leben tiefgreifend beeinflussen können. Diese Gesetze sind so alt wie das Universum selbst und wirken ständig im Hintergrund, formen unsere Erfahrungen und lenken unseren Weg, oft ohne dass wir es merken. Aber stell dir vor, du könntest diese Gesetze zu deinem Vorteil nutzen. Auf einmal bestimmst du, in welche Richtung dich die Wellen treiben. Stell dir vor, du verstehst sie so gut, dass du anfangen kannst, mit den Wellen zu tanzen, anstatt gegen sie zu kämpfen. Wie würde sich das auf deine Träume, deine Ziele und dein gesamtes Leben auswirken? In unserer gemeinsamen Reise werden wir sieben bisher geheime Gesetze enthüllen, die, einmal verstanden und angewandt, das Potenzial haben, dein Leben zu transformieren. Diese Gesetze sind nicht nur philosophische Konzepte, sondern praktische Werkzeuge, die, wenn sie richtig eingesetzt werden, dir helfen können, in Harmonie mit den Kräften des Universums zu leben und deine tiefsten Träume zu verwirklichen. Aber bevor wir beginnen, lass mich dich fragen, bist du bereit, die Segel zu setzen auf eine Reise, die dein Verständnis von Realität und Möglichkeit erweitert? Bist du bereit, die verborgenen Mechanismen zu entdecken, die unter der Oberfläche deiner Erfahrung wirken und die Schlüssel zu einem erfüllteren, glücklicheren Leben in deinen Händen zu halten? Es scheint so, sonst hättest du dieses Video schon längst abgeschaltet. Also gut. Lass mich dir die sieben Gesetze zeigen. Jetzt widmen wir uns dem ersten dieser mächtigen Gesetze. Aber um dessen Wirkung vollständig zu verstehen, müssen wir tief graben, weit über die Oberfläche hinaus, um die Wurzeln unserer Existenz zu erforschen. Es ist ein Gesetz, das so fundamental ist, dass sein Verständnis allein die Art und Weise, wie du das Leben betrachtest, für immer verändern kann. Es tut mir leid, wenn ich noch etwas ungenau in meinen Formulierungen bin. Du wirst in einigen Minuten verstehen, was ich meine. Jetzt muss ich dich allerdings noch gemächlich an das erste Gesetz heranführen. Stell dir vor, jedes Mal, wenn du eine Entscheidung triffst, öffnest du eine Tür zu einem neuen Universum. Jede Wahl ist ein Schritt auf einem unendlichen Netz von Pfaden. Dieses erste Gesetz hilft dir zu verstehen, wie deine Entscheidungen das Gewebe deiner Realität weben und wie du beginnen kannst, dieses Wissen zu nutzen, um bewusst den Kurs deines Lebens zu steuern. Wie fühlt es sich an, zu wissen, dass du nicht ein Spielball des Schicksals bist, sondern ein aktiver Gestalter deiner eigenen Realität? Wie würdest du dein Leben anders gestalten, wenn du die Sicherheit hättest, dass das Universum nicht gegen dich ist, sondern eine Quelle unendlicher Möglichkeiten, die nur darauf wartet, von dir erkundet zu werden? Wir stehen am Anfang einer faszinierenden Reise. Eine Reise, die nicht nur unser Verständnis von uns selbst und der Welt um uns herum erweitern wird, sondern uns auch die Werkzeuge in die Hand gibt, um ein Leben zu führen, das reicher und erfüllender ist als alles, was wir uns bisher vorstellen konnten. Nun geht es darum, das erste dieser mächtigen Gesetze zu erforschen, ein Gesetz, das so fundamental ist, dass es die Grundlage bildet, auf der unser gesamtes Verständnis von Realität und Manifestation ruht. Ich spreche vom Gesetz der Anziehung. Dieses Gesetz besagt, dass unsere Gedanken und Emotionen magnetische Kräfte sind, die unsere Realität formen. Wie ein Magnet ziehen wir Erfahrungen an, die unseren innersten Überzeugungen und Gefühlen entsprechen. Stell dir vor, deine Gedanken sind Samen, die du in den Garten deines Lebens pflanzt. Jeder Gedanke, positiv oder negativ, hat die potenzielle Kraft, zu einer blühenden Blume oder einem unerwünschten Unkraut zu werden. Das Gesetz der Anziehung lehrt uns, dass durch bewusstes Kultivieren positiver Gedanken und Emotionen wir eine Realität erschaffen können, die reich an Erfolg, Glück und Erfüllung ist. Aber wie wendet man das Gesetz der Anziehung im täglichen Leben an, um positive Ergebnisse anzuziehen? Beginnen wir mit einem einfachen Beispiel. Du wünschst dir einen neuen Job, der nicht nur gut bezahlt, sondern auch erfüllend ist. Anstatt dich auf die Angst vor Ablehnung oder das Fehlen von Möglichkeiten zu konzentrieren, visualiere den Erfolg. Stelle dir vor, wie du die Zusage erhältst, spüre die Freude und die Dankbarkeit, als ob es bereits geschehen wäre. Diese positiven Gefühle und Gedanken senden eine starke Botschaft an das Universum, die wie ein Magnet wirkt, um deine Wünsche in die Realität zu ziehen. Die Betonung der Wichtigkeit einer positiven Einstellung und des Glaubens an den eigenen Erfolg kann nicht genug hervorgehoben werden. Es ist, als ob du auf einer Frequenz sendest, die direkt mit dem Universum kommuniziert. Negative Gedanken und Zweifel sind wie Störungen auf dieser Frequenz, die das klare Signal deiner Wünsche unterbrechen. Indem du eine unerschütterliche positive Einstellung pflegst und fest an deine Fähigkeit glaubst, deine Träume zu verwirklichen, stärkst du die Verbindung zu den universellen Kräften, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Ein weiteres kraftvolles Beispiel ist die Anwendung des Gesetzes der Anziehung auf Beziehungen. Statt dich auf Einsamkeit oder vergangene Enttäuschungen zu konzentrieren, konzentriere dich auf die Qualitäten, die du in einem Partner suchst, und auf das Gefühl der Liebe und Verbundenheit, das du erleben möchtest. Indem du diese Gefühle nährst, ziehst du jemanden an, der mit deinen Wünschen resoniert. Wie fühlt es sich an, zu wissen, dass du durch die Kraft deiner Gedanken und Emotionen die Fähigkeit hast, deine Realität zu formen? Bist du bereit, die Verantwortung für das zu übernehmen, was du in dein Leben ziehst, und bewusst Wege zu finden, deine Gedanken und Gefühle so zu steuern, dass sie deine tiefsten Wünsche widerspiegeln? Wir stehen erst am Anfang unserer Reise durch die Gesetze, die das Universum regieren. Jedes Gesetz baut auf dem vorherigen auf und eröffnet neue Perspektiven, wie wir unser Leben gestalten können. Das Gesetz der Anziehung ist der erste Schritt auf diesem Weg, ein Fundament, auf dem wir bauen können, um ein Leben zu erschaffen, das von Erfolg, Glück und tiefer Erfüllung geprägt ist. Als nächstes sprechen wir über das Gesetz der Entsprechung, ein Prinzip, das seit Jahrhunderten in eher spirituellen und esoterischen Traditionen verankert ist. Dieses Gesetz beruht auf der Idee, wie oben, so unten, wie innen, so außen. Aber was bedeutet das genau für unser Leben? Das wirst du gleich erfahren. Jetzt, da du das Gesetz der Anziehung schon kennst, kann ich mit meiner Erklärung darauf aufbauen. Das Gesetz der Entsprechung ist nämlich die gespiegelte Version des Gesetzes der Anziehung. Dieses Gesetz lehrt uns, dass das Universum im Wesentlichen ein Spiegel ist. Unsere äußere Welt ist eine Reflexion unserer inneren Welt. Jede Erfahrung, jede Begegnung in unserem äußeren Leben spiegelt einen Teil von uns selbst wieder. Wenn du also Veränderungen in deinem Leben herbeiführen möchtest, beginne mit der Transformation deines inneren Zustands. Unsere Gedanken, Überzeugungen und Emotionen formen nicht nur unsere Wahrnehmung der Realität, sondern beeinflussen auch, wie wir von der Welt um uns herum wahrgenommen werden. Aber wie kann man dieses Wissen nutzen, um positive Veränderungen herbeizuführen? Es beginnt mit der Erkenntnis, dass Harmonie im Inneren zu Harmonie im Äußeren führt. Wenn du in deinem Herzen Frieden findest, wirst du feststellen, dass sich auch die Welt um dich herum zu verändern beginnt. Dies ist keine magische Formel, sondern das Ergebnis der Anwendung des Gesetzes der Entsprechung. Ein praktischer Tipp, um innere Harmonie zu erreichen, ist die Praxis der Meditation oder des bewussten Atmens. Durch diese Techniken kannst du dich von negativen Gedanken und Emotionen lösen und einen Zustand innerer Ruhe erreichen. Wenn du innerlich ausgeglichen bist, spiegelt sich das in deinen äußeren Umständen wieder. Probleme, die einst unüberwindbar schienen, werden handhabbar und du ziehst Erfahrungen an, die mit deinem inneren Zustand übereinstimmen. Lass uns das einmal gemeinsam tun. Pausiere wenn nötig das Video und such dir einen ruhigen Ort, wo du dich hinsetzen kannst. Bist du bereit? Dann schließe deine Augen und lausche meiner Stimme. Atme tief ein und aus. Jetzt warte ein wenig und spüre deinen Atem. Atme noch einmal tief ein und aus. Stell dir vor, du schreitest leichtfüßig auf weichen, schimmernden Wolken, die sich sanft unter deinen Füßen formen. Mit jedem Atemzug fühlst du, wie die frische, reine Luft deinen Körper erfüllt und jede Sorge wegspült. Um dich herum ist ein endloser, beruhigender blauer Himmel. Atme tief, so tief du kannst, ein- und atme wieder aus. Mit jeder Ausatmung lässt du los, was dich belastet, und mit jedem Einatmen schöpfst du neue Kraft und Leichtigkeit. Dein Herz öffnet sich, deine Gedanken klären sich, und du fühlst dich frei und unbeschwert. Du bist in perfekter Harmonie mit dem Universum, schwebend auf einem Meer aus Ruhe. Wir kommen wieder zurück in die Realität. Atme ein letztes Mal bewusst ein und aus und öffne deine Augen. Nimm dir gerne eine Pause, wenn du sie brauchst. Du kannst jederzeit zu diesem Video zurückkehren. Lass uns nun mit weiteren Techniken weitermachen. Ein weiteres Beispiel ist die Arbeit mit Affirmationen. Indem du positive Aussagen über dich selbst und deine Welt wiederholst, beginnst du, deine innere Überzeugung zu ändern. Diese Veränderung im Inneren wird bald sichtbar in deinem äußeren Leben. Du wirst feststellen, wie sich neue Möglichkeiten eröffnen, Beziehungen verbessern und Herausforderungen sich in Chancen verwandeln. Wie fühlt es sich an, zu erkennen, dass du die Macht hast, nicht nur deine eigene Wirklichkeit zu gestalten, sondern auch die Welt um dich herum positiv zu beeinflussen. Das Gesetz der Entsprechung bietet uns einen Weg, bewusst an der Schaffung einer Welt mitzuwirken, die unsere tiefsten Werte und Wünsche widerspiegelt. Wir haben nun zwei mächtige Gesetze erkundet, die das Universum regieren. Jedes Gesetz eröffnet neue Einsichten und Werkzeuge, die uns auf unserem Weg unterstützen können. Das Gesetz der Entsprechung erinnert uns daran, dass die Arbeit an uns selbst der erste Schritt ist, um die Welt um uns herum zu verändern. Indem wir uns auf unsere innere Harmonie konzentrieren, legen wir den Grundstein für eine äußere Realität, die mit unseren höchsten Idealen im Einklang steht. Jetzt widmen wir uns dem Gesetz des Gebens und Empfangens, einem Prinzip, das die Essenz des Universums und der menschlichen Existenz einfängt. Dieses Gesetz basiert auf der Vorstellung, dass das Universum auf einem Gleichgewicht von Geben und Nehmen beruht. Alles in der Natur folgt diesem Zyklus, die Jahreszeiten, die Gezeiten, der Kreislauf des Lebens. Aber wie wirkt sich dieses Gesetz auf unser persönliches Leben aus? Die einfache Wahrheit ist, dass Großzügigkeit und das Teilen unserer Ressourcen, sei es Zeit, Wissen oder materielle Güter, nicht nur dem Empfänger zugutekommen, sondern auch den Geber reich machen. Dieser Reichtum ist nicht immer materiell. Oft ist es ein Gefühl tiefer Erfüllung, Glück oder die Erfahrung von Liebe und Verbundenheit mit anderen. Ein klassisches Beispiel ist die Geschichte eines Geschäftsmannes, der beschloss, einen Teil seines Gewinns regelmäßig an wohltätige Organisationen zu spenden. Anfangs tat er dies aus einem Gefühl der Verpflichtung heraus, doch mit der Zeit bemerkte er, wie sein Geschäft florierte, weit über seine Erwartungen hinaus. Er erkannte, dass mit jeder Spende nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch Hoffnung, Unterstützung und positive Energie gegeben wurden. Diese Großzügigkeit zog unerwartet neue Geschäftsmöglichkeiten und Partnerschaften an, die sein Unternehmen auf die nächste Ebene hoben. Ein weiteres Beispiel ist das Teilen von Wissen. Ein Lehrer, der sein Wissen und seine Erfahrungen uneigennützig mit seinen Schülern teilt, empfängt im Gegenzug Respekt, Anerkennung und die tiefe Befriedigung, einen Unterschied im Leben anderer gemacht zu haben. Diese immateriellen Belohnungen sind oft wertvoller als jedes materielle Gut. Das Gesetz des Gebens und Empfangens ermutigt uns, großzügig zu sein, nicht nur in der Erwartung, etwas zurückzubekommen, sondern weil das Teilen selbst eine Quelle des Reichtums ist. Es lehrt uns, dass, wenn wir geben, wir auch den Weg für Empfangen bereiten. Nicht immer in der Form, die wir erwarten, aber oft in einer, die unsere Bedürfnisse und Wünsche auf eine tiefere und bedeutungsvollere Weise erfüllt. Wie kannst du dieses Gesetz in deinem Leben anwenden? Beginne mit kleinen Schritten. Teile dein Lächeln, deine Zeit, deine Fähigkeiten. Sei offen dafür, anderen zu helfen und beobachte, wie diese Akte der Großzügigkeit nicht nur das Leben derer bereichern, denen du hilfst, sondern auch dein eigenes. Wir haben nun drei universelle Gesetze betrachtet, die, wenn sie verstanden und angewandt werden, das Potenzial haben, unser Leben zu transformieren. Das Gesetz des Gebens und Empfangens erinnert uns daran, dass wir durch Großzügigkeit und das Teilen mit anderen eine Welt erschaffen können, die reicher und erfüllter ist, nicht nur für uns selbst, sondern für alle. Nun geht es darum, ein weiteres faszinierendes Prinzip zu erkunden, das unser Leben auf subtile, aber tiefgreifende Weise beeinflusst, das Gesetz der Synchronicität. Dieses Gesetz enthüllt das, was wir oft als e-Zufälle abtun, tatsächlich sinnvolle Zeichen sind, die uns auf unserem Lebensweg leiten können. Es lehrt uns, dass das Universum in einer Art und Weise mit uns kommuniziert, die weit über das Zufällige hinausgeht und dass diese Zeichen, wenn wir lernen, sie zu erkennen und zu interpretieren, uns tiefe Einblicke und Richtungen bieten können. Aber wie achtet man auf die Zeichen des Universums? Es beginnt mit der Entwicklung eines Bewusstseins für die kleinen Wunder, die sich tagtäglich um uns herum ereignen. Vielleicht denkst du an einen alten Freund und plötzlich ruft er dich an. Oder du stößt auf ein Buch, das genau die Antworten auf die Fragen bietet, die du dir in letzter Zeit gestellt hast. Diese Ereignisse sind nicht bloß Zufälle, sie sind Beispiele für Synchronicität Momente, in denen das Universum uns zuflüstert, achte auf, ich bin mit dir. Einer der Schlüssel zur Interpretation dieser Zeichen ist, ihnen Bedeutung zu geben und zu vertrauen, dass sie uns zu unserem höchsten Gut führen. Es erfordert, dass wir offen und empfänglich für die Möglichkeiten sind, die sich uns bieten und dass wir bereit sind, die Botschaften, die sie enthalten, anzunehmen und darauf zu reagieren. Lassen Sie uns eine Geschichte teilen, die die Macht der Synchronicität veranschaulicht. Eine Person befand sich in einer Lebenskrise unsicher über den nächsten Schritt. Eines Tages, während eines Spaziergangs, fand sie eine Feder auf ihrem Weg. Für sie war es ein Zeichen, dass Freiheit und Leichtigkeit kommen würden, wenn sie bereit wäre, loszulassen und dem Universum zu vertrauen. Inspiriert von diesem Zeichen, machte sie die notwendigen Veränderungen in ihrem Leben und fand bald darauf Frieden und Erfüllung. Ein weiteres Beispiel ist die Geschichte von zwei Menschen, die unabhängig voneinander denselben Traum hatten, indem sie sich an einem besonderen Ort trafen. Als sie sich tatsächlich an diesem Ort begegneten, erkannten sie, dass dies kein Zufall sein konnte. Diese Synchronicität führte sie zu einer tiefen Freundschaft und zu Projekten, die ihr Leben und das Leben anderer nachhaltig positiv beeinflussten. Das Gesetz der Synchronicität öffnet uns die Augen für die Magie und das Mysterium, die unser Leben durchdringen. Es erinnert uns daran, dass wir nicht isoliert sind, sondern Teil eines größeren, interaktiven Universums, das ständig mit uns in Dialog tritt. Indem wir lernen, auf die Zeichen des Universums zu achten und sie zu interpretieren, öffnen wir uns für eine Welt voller Wunder und Möglichkeiten. Das Gesetz der Synchronicität ist ein kraftvolles Werkzeug, das uns lehrt, im Einklang mit dem Fluss des Lebens zu navigieren und die Führung zu finden, die wir suchen, oft auf die unerwartetsten Weisen. Nun geht es darum, das Gesetz der Transformation zu erkunden, ein universelles Prinzip, das die Unvermeidlichkeit des Wandels in der Welt um uns herum und in uns selbst betont. Dieses Gesetz lehrt uns, dass Veränderung nicht nur ein notwendiger Teil des Lebens ist, sondern auch ein kraftvolles Werkzeug für unser Wachstum und unsere Entwicklung. Es erinnert uns daran, dass das Universum uns ständig durch Veränderungen führt, um uns zu helfen, unser volles Potenzial zu entfalten. Aber wie kann man Veränderungen akzeptieren und sie als Möglichkeiten für Wachstum sehen? Der erste Schritt ist, die Perspektive zu ändern. Anstatt Veränderung als Verlust oder Bedrohung zu betrachten, können wir sie als Chance für neue Erfahrungen und als Katalysator für persönliche Entwicklung betrachten. Wenn wir offen und anpassungsfähig bleiben, können wir die Gelegenheiten, die der Wandel bietet, voll ausschöpfen. Ein inspirierendes Beispiel für das Gesetz der Transformation ist die Geschichte eines Mannes, der nach einem schweren Unfall seinen Beruf nicht mehr ausüben konnte. Zunächst war er verzweifelt, da er glaubte, sein Lebenszweck sei verloren. Doch mit der Zeit erkannte er, dass dieser scheinbare Rückschlag tatsächlich eine Gelegenheit war, seine wahren Leidenschaften zu entdecken. Er begann, sich auf die Kunst zu konzentrieren, etwas, das er immer geliebt, aber nie ernsthaft verfolgt hatte. Heute ist er ein erfolgreicher Künstler, dessen Werke Menschen weltweit inspirieren. Ein weiteres Beispiel ist die Geschichte einer Frau, die sich nach vielen Jahren in einer unerfüllenden Karriere entschied, alles zu hinterlassen und um die Welt zu reisen. Diese Entscheidung, die vielen als unpraktisch oder riskant erschien, führte sie zu neuen Einsichten über sich selbst und die Welt. Sie fand nicht nur ihre wahre Berufung, sondern gründete auch eine gemeinnützige Organisation, die tausenden von Menschen hilft. Diese Geschichten zeigen, dass Transformation oft mit Herausforderungen und Unsicherheiten einhergeht. Doch gerade in diesen Momenten des Wandels finden wir die Kraft, Grenzen zu überwinden und uns auf Weisen zu entwickeln, die wir uns nie hätten vorstellen können. Das Gesetz der Transformation ermutigt uns, Veränderungen zu umarmen und als integralen Bestandteil unseres Lebensweges zu betrachten. Es lehrt uns, dass jede Veränderung, ob groß oder klein, eine Tür zu neuen Möglichkeiten öffnet und dass wir, indem wir diese Veränderungen annehmen, unserem wahren Selbst näher kommen und ein erfüllteres Leben führen können. Als nächstes betrachten wir das Gesetz der unendlichen Möglichkeiten, ein Prinzip, das uns daran erinnert, dass das Universum ein Ort grenzenloser Potenziale ist. Dieses Gesetz öffnet uns die Augen für die Erkenntnis, dass jenseits unserer gegenwärtigen Wahrnehmung und Erfahrung eine Welt voller Chancen und Wege wartet, die nur darauf warten, von uns entdeckt und genutzt zu werden. Aber wie können wir unser Bewusstsein erweitern und die Ketten unserer limitierenden Glaubenssätze sprengen, um uns auf die unendlichen Möglichkeiten einzustellen, die uns das Universum bietet? Der Schlüssel liegt darin, unsere Denkweise zu verändern. Wir müssen lernen, über das Offensichtliche hinaus zu denken und zu glauben, dass alles möglich ist. Dies erfordert Mut, Offenheit und die Bereitschaft, Risiken einzugehen und aus unserer Komfortzone herauszutreten. Wenn du das Gefühl hast, dass dieses Video bis jetzt einen Wert für dich hatte, würde ich mich freuen, wenn du diesen Wert mit einer Spende durch den Supertanks-Button unter dem Video teilst, so viel, wie es für dich richtig und fair erscheint. Jede Geste der Anerkennung ist ein wertvolles Geschenk für mich, die diese Videos aufnimmt. Ein beeindruckendes Beispiel für das Gesetz der unendlichen Möglichkeiten ist die Geschichte eines jungen Unternehmers, der mit einer einfachen Idee begann, die viele für unmöglich hielten. Trotz Skepsis und Widerstand blieb er seiner Vision treu und nutzte die ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen auf kreative Weise. Heute ist sein Unternehmen ein weltweiter Marktführer, der zeigt, wie das Glauben an unendliche Möglichkeiten Realitäten schaffen kann, die einst undenkbar schienen. Ein weiteres Beispiel ist die Reise einer Wissenschaftlerin, die traditionelle Denkweisen in ihrem Feld infrage stellte. Durch ihre Forschungen öffnete sie neue Wege für die Behandlung einer Krankheit, die als unheilbar galt. Ihr unerschütterlicher Glaube an die Möglichkeiten führte zu Durchbrüchen, die das Leben von Millionen von Menschen verbessert haben. Diese Geschichten unterstreichen, dass, wenn wir uns für die Unendlichkeit der Möglichkeiten öffnen, wir nicht nur unser eigenes Leben, sondern auch das Leben anderer tiefgreifend verändern können. Das Gesetz der unendlichen Möglichkeiten fordert uns auf, groß zu träumen und zu erkennen, dass unsere einzigen Grenzen die sind, die wir uns selbst setzen. Um dieses Gesetz in unserem Leben zu aktivieren, müssen wir anfangen, unsere innere Welt zu erforschen, unsere tief verwurzelten Überzeugungen zu hinterfragen und uns aktiv vorzustellen, was wir wirklich wollen. Meditation, Visualisierung und das Setzen von Intentionen sind kraftvolle Werkzeuge, die uns helfen können, unsere Gedanken und Energien auf die unendlichen Möglichkeiten auszurichten, die vor uns liegen. Wenn du jemanden kennst, dessen Tag durch dieses Video heller werden könnte, fühle dich frei, es mit ihm zu teilen. Deine Großzügigkeit und dein Engagement sind das, was unsere Gemeinschaft so besonders macht. Danke, dass du ein Teil davon bist und diesen Weg mit uns gehst. Ich wünsche dir nur Gutes auf deinem Weg. Zum Abschluss unserer Reise durch die universellen Gesetze widmen wir uns dem Gesetz der Harmonie. Dieses Gesetz vermittelt, dass das Streben nach Harmonie mit dem Universum der Schlüssel zu innerem Frieden und äußerem Erfolg ist. Es lehrt uns, dass, wenn wir im Einklang mit den natürlichen Rhythmen und Zyklen des Lebens leben, wir einen Zustand der Ausgeglichenheit erreichen können, der unser Wohlbefinden und unsere Lebensqualität tiefgreifend verbessert. Aber wie schafft man Harmonie in seinem Leben und wie hält man sie aufrecht? Der erste Schritt besteht darin, Bewusstsein für die Verbindung zwischen unserem inneren Zustand und der äußeren Welt zu entwickeln. Harmonie beginnt in uns selbst mit den Gedanken, die wir denken, den Emotionen, die wir fühlen und den Handlungen, die wir ausführen. Indem wir Achtsamkeit praktizieren und lernen, im gegenwärtigen Moment präsent zu sein, können wir beginnen, unsere innere Welt zu beruhigen und Harmonie zu schaffen. Ein praktischer Tipp ist die Integration von Routinen, die den Körper, Geist und die Seele nähren. Dies kann Meditation, Yoga, Naturwanderungen oder jede andere Tätigkeit umfassen, die dir ein Gefühl von Frieden und Verbundenheit gibt. Es ist auch wichtig, Beziehungen zu pflegen, die gegenseitige Unterstützung und Verständnis fördern und sich von Umgebungen oder Beziehungen zu distanzieren, die Disharmonie verursachen. Ein inspirierendes Beispiel für das Streben nach Harmonie ist die Geschichte eines Unternehmers, der beschloss, sein Geschäftsmodell so zu gestalten, dass es nicht nur profitabel, sondern auch nachhaltig und ethisch ist. Indem er seine Werte in Einklang mit seinen geschäftlichen Entscheidungen brachte, schuf er nicht nur ein erfolgreiches Unternehmen, sondern trug auch zum Wohl der Gemeinschaft und der Umwelt bei. Dies zeigt, dass äußerer Erfolg und innerer Frieden Hand in Hand gehen, wenn wir in Harmonie mit unseren tiefsten Überzeugungen und dem größeren ganzen Leben. Abschließend betont das Gesetz der Harmonie die Bedeutung der Ausgewogenheit und des Einklangs für unser persönliches Wohlbefinden und die Lebensqualität. Es erinnert uns daran, dass wir Teil eines wunderbaren, interaktiven Universums sind und dass unsere Bemühungen, Harmonie in unserem Leben zu schaffen und auf Recht zu erhalten, nicht nur uns selbst, sondern auch die Welt um uns herum bereichern. Indem wir diese universellen Gesetze erkunden und integrieren, öffnen wir uns für ein Leben voller Tiefe, Bedeutung und Erfüllung. Das Gesetz der Harmonie ist ein schöner Abschluss unserer Reise, denn es verkörpert die Essenz aller Gesetze, die Einheit und Verbundenheit aller Dinge und die Freude, die entsteht, wenn wir im Einklang mit diesem wunderbaren Universum leben. Wir haben nun eine außergewöhnliche Reise durch die sieben universellen Gesetze abgeschlossen, die, wenn sie verstanden und angewandt werden, das Potenzial haben, unser Leben grundlegend zu transformieren. Diese Gesetze bieten uns nicht nur Einblicke in die Funktionsweise des Universums, sondern auch praktische Werkzeuge, mit denen wir unser eigenes Leben und das der Menschen um uns herum bereichern können. Indem wir das Gesetz der Anziehung nutzen, lernen wir, wie unsere Gedanken und Emotionen unsere Realität formen. Das Gesetz der Entsprechung zeigt uns, dass unsere äußere Welt ein Spiegel unserer inneren Welt ist. Durch das Gesetz des Gebens und Empfangens erkennen wir die Bedeutung von Großzügigkeit. Das Gesetz der Synchronicität öffnet unsere Augen für die Zeichen des Universums. Das Gesetz der Transformation erinnert uns daran, dass Veränderung ein Geschenk ist, das Wachstum und Entwicklung ermöglicht. Das Gesetz der unendlichen Möglichkeiten lädt uns ein, groß zu träumen und über unsere Grenzen hinauszugehen. Und schließlich lehrt uns das Gesetz der Harmonie, wie das Streben nach Ausgewogenheit und Einklang mit dem Universum zu innerem Frieden und äußerem Erfolg führt. Ich ermutige euch, diese Gesetze nicht nur als philosophische Konzepte zu betrachten, sondern als lebendige Prinzipien, die ihr in eurem täglichen Leben umsetzen könnt. Beginnt mit kleinen Schritten, seid geduldig mit euch selbst und erkennt, dass jede Anstrengung, die ihr unternimmt, euch näher an das Leben eurer Träume bringt. Jetzt ist der Moment gekommen, zu handeln. Ich lade euch ein, eure Erfahrungen mit diesen Gesetzen zu teilen, seien es Erfolge, Herausforderungen oder Erkenntnisse. Lasst uns eine Gemeinschaft der Transformation bilden, in der wir voneinander lernen, uns gegenseitig unterstützen und gemeinsam wachsen. Denkt daran, dass die Reise der persönlichen Transformation eine Fortlaufende ist. Jeder Tag bietet neue Möglichkeiten, diese universellen Gesetze zu erforschen und anzuwenden. Lasst uns diese Reise mit Offenheit, Mut und dem Wissen antreten, dass wir nicht allein sind. Das Universum unterstützt uns auf jedem Schritt des Weges. Zum Abschluss möchte ich euch ermutigen, seid mutig, seid neugierig und seid offen für die unendlichen Möglichkeiten, die euch das Leben bietet. Die Anwendung dieser sieben Gesetze kann euer Leben auf Weisen verändern, die ihr euch jetzt vielleicht noch nicht einmal vorstellen könnt. Nehmt die Einladung des Universums an, euer größtes Potenzial zu entfalten und werdet Teil einer gemeinschaftlichen Reise der Transformation. Lasst uns gemeinsam die Magie dieser universellen Gesetze entdecken und ein Leben voller Freude, Erfüllung und Wunder erschaffen. Ich freue mich für dich, dass du bis hierher mit uns auf dieser Reise warst. Wenn dieses Video dein Herz berührt oder dir neue Erkenntnisse gebracht hat, wäre es wunderbar, wenn du unsere Arbeit durch Abonnieren unseres YouTube-Kanals unterstützen könntest. Wenn du uns wirklich unterstützen möchtest, dann werde Kanalmitglied. Dann kannst du gegen eine kleine monatliche Spende neue Videos vor allen anderen sehen. Wir sind hier, um gemeinsam zu wachsen und zu lernen und deine Unterstützung ist das Licht, das unseren Weg erhält.